Stefan Mross verabschiedet sich auf Instagram von seinem Ex-Schwiegervater Eberhard Hertel. Der Musiker und Vater von Stefanie Hertel ist mit 85 Jahren gestorben. Schlagersängerin Stefanie Hertel, 44, trauert um ihren Vater Eberhard Hertel, 1938 bis 2024, der am 20. Juni im Alter von 85 Jahren verstorben ist. Jetzt hat sich ihr Ex-Mann Stefan Mross, 48, zu dem traurigen Verlust seines früheren Schwiegervaters geäußert. Auf Instagram würdigt der Sänger und Moderator den verstorbenen Musiker mit einem alten Familienfoto, auf dem Mross und Hertel, die von 2006 bis 2012 verheiratet waren, in bayerischer Tracht gekleidet neben Eberhard Hertel stehen und in die Kamera lächeln. Als Trio traten sie oft gemeinsam in Fernsehshows auf. Stefan Mross, das Leben ist leider nicht unendlich. Viele Jahre hast du mich uns in jeder Hinsicht geprägt, schreibt Mross. Musikalisch, aber auch als Freund bist du mir immer zur Seite gestanden. Das Leben ist leider nicht unendlich, aber die Erinnerung bleibt. Danke für alles. Ich sage leise Servus, so der immer wieder Sonntags-Moderator weiter. Sein Mitgefühl gelte seiner Ex-Frau Stefanie Hertel und ihrer Familie. Dazu setzte er noch die Hashtags Raute Traurig Raute aufrichtiges Beileid und Raute Erinnerung bleiben für immer. Von Eberhard Hertels Tod berichtete zuvor die Freie Presse. Demnach habe Mario Hohan, der Oberbürgermeister von Hertels Heimatstadt Ölznitz, bekannt gegeben, dass der Musiker verstorben sei. Die Stadtfahne vor dem Rathaus von Ölznitz sei als Zeichen der Trauer auf Halbmast gesetzt worden. Eberhard Hertel gab sein Musiktalent an Tochter Stefanie Hertel weiter. Erst gegen Ende 30 startete Eberhard Hertel seine Musikkarriere. 1976 trat er in der DDR-Fernsehsendung Heitere Premiere mit einem volkstümlichen Medley auf, und sang sich damit in die Herzen des Publikums. Anstlieh essend war er regelmäßig in der Volksmusiksendung Oberhofer Bauernmarkt zu sehen und zu hören. 1985 trat er in Ebendieser mit seiner damals erst sechsjährigen Tochter Stefanie Hertel auf. Im Laufe der Jahre standen Vater und Tochter immer wieder gemeinsam auf der Bühne.